ach nö bitte bitte borsa tu uns einen gefallen 10 münzen abziehen 10 sowieso 10 werden ihn sowieso abgezogen ich glaube das war bei dem gar nicht mit dem stern geben ich glaube das war erst in den anderen teilen ja dann gekommen das war jetzt wohl mit dem stern weißt du der hatte rund über 100 münzen ne also 19 stück und kann sich den stern kaufen ab und so ist das ja auch das ist nur zehn kosten bei den anderen nicht bei dem es gab ja auch noch mario teil wurde die hotel stelle holen konnte ist oder dieses hotel ding da gab es ja dieses was gefeiert hat war game club mario party 5 oder sechs war das mit den autos bauen noch konnte deine augen und autos noch zu sehen panzer bauen war das ja keine ahnung habe ich nie gesteckt ich hab's da irgendwo hier rumliegen das hier könnte ich mir immer noch holen hier im schrank ist es nicht ich habe ja auch eine game club hier na gut ist schlecht über internet zu spielen ja das könnte man darüber spielen sicher wo das klimaßen und wieder rufen wir glaube ich alles weg wir machen die punkten das mochte ich immer gerne aber computer war immer zu doof dazu wenn das hat uns verschlafen hat wenn ich verschlafen habe ist klar das ist richtig ich will ich will ich will ich will ich bin verschengegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegejut das ist aber gerade grafik ist auch gesehen 90 points ich hab's ja mit der nase gemacht damit die augen genau darunter gehen wollte ja auch machen ja und dann war die zeit abgelaufen er hat auch gemerkt dachte ich auch in der druck ab die nase oben das war schon so gelacht hätte aber die augenbraue verzogen außerdem deswegen hat es ja das mit nein ich will nicht kostenlos durch ich habe das eigentlich mal klicken auf spaß nein danke und nein in dem stil ist richtig spüren der extra platz der feldsack ja auch hinter exe so ein prozess stehen naja ich bin schon wieder da schade hat doch immer glück jetzt wieder nicht ich würde noch mal in kreis gehen spieler das ist aber auch gemein gewesen mann bist du behindert du bist ja so schlecht im tauchen war ihr kriegt die letzte nicht das ist meine und centus muss immer singen warum ist jetzt oder gefallen habe ich eben mystische kräfte im zimmer jetzt auch nicht viel 11 trotzdem mehr als vorher vorwärts nach glaube ich drückt mir und 20 er kann nichts aus der munz zu klaren das macht er bei mir doch klar macht es bei mir 69 ja weil er 10 abbekommt und nicht und er dann auf die schule kommt du musst damit 40 münzen lang kommen und die zähne knallfall wäre auch gut gewesen musste habe ich ding aufpumpen kann ich ja drücken den ersten gleich wieder drauf springen und platt machen gierigen gibt mir auch was nicht du bist gierig ist alle beginnt gierig hoffentlich habe ich auch was bekommen hat er das doch bekommen cheater ich bin ich nicht runtergefallen ich komme sechs stück gerade mal 66 55 fäng das leben Direct ja drückt ja drück fress nicht so viel quir hir die lag auf dem boden jura ja ich würfel schon klar ihr lacht irgendwas unter meinen füßen ich glaube das war so das ist wie die kindheit weißt du da saßt du damals auch mit vielen leuten das sind da kacke gemacht muss ich jetzt start drücken nein du machst du mal kacke ich weiß bist ja ich glaube er hätte auch gedacht aber ich würde dabei runter fliegen wie ich mich kenne das habe ich vorher schon geschafft oft genug außer vor gegen stein weil in dem moment die steine hochgehen haust du gegen stein und fliege es runter naja du hast wieder deine 69 wenn du aufs blaue kommst schön vier ja zwei drei wäre auch schön gewesen drei jetzt mini mini spiel bekommen ich stimme gar nicht jetzt dieses roulette bekommen ja das ist eigentlich ja abwechselnd ich kann die steuerung übernommen könnte auf b drücken ach so ok aber ich mach lieber mit z ok ok ja ok 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 1 ok 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 26 25 so ein stern weniger auf jeden fall wieder hängen ja sicher ich würde ich ja gut ja zwei ich glaube das auch normal gestellt ist deswegen auch vielleicht würden die engen einnehmen obwohl bei hart hätte er auch bei joshie genommen weil bei joshie hat er zwei stände es geht runter noch zehn da krieg nur sieben münzen danke team spiel oder 1 gegen 3 er kommt ein team spieler 3 gegen 1 münzen klauen bei wer die meisten hat ich ja sicher sterben auf die kürze nur eine münze zehn zwölf 30 der 15 münzen bekommen bilder mich verarschen gerade fast genau so viel wie ich 1 7 natürlich kurz davor wieder und im spiel computer zusammen ja pop-up hart wiki 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 ach du scheisse okay okay pop-up anschieben springt automatisch rein oh so schnell ne doch seid ihr so schnell bewegen mit rennen und hey du bist ich schaffe dich weißt du ne warum ja weil du mir direkt mit dir fährst du arsch was kann ich lenke nicht ja ja das sagen sie alle du spass das macht donkey kong cheater hey das ist doch total unfair dass es wenn du mitten boxen willst dass das weg geht ja ist klar kurz vor ziel ja da werden ein paar andere rekorde gebrochen ich passt ne hey du hoden kobold du hast mitgelenkt na sicher habe ich mitgelenkt aber Tentos bevor es weiter geht ich weiß donkey kong hat gewürfelt ich mache mal kurz einen cut hier und dann geht es sofort weiter